Stress-Situationen sind allgegenwärtig. Stress ist eine natürliche Schutzreaktion unseres Körpers bei besonderer Belastung und schon seit Urzeiten bekannt. Wir mobilisieren so in kürzester Zeit Energiereserven für große Anstrengungen. Nur durch das schnelle Umschalten von Ruhe auf Bewegung war das Überleben möglich. Wichtig war das insbesondere bei der Jagd. Aber auch auf der Flucht. Viele Stress-Situationen sind kurzfristig. Nach der körperlichen Anstrengung folgen Ruhezeiten, in denen sich der Körper von der Anspannung erholen kann. Heute jedoch kommt es immer häufiger vor, dass Menschen sich in einer dauerhaften Stress-Situation befinden. Viele kennen das, zum Beispiel von ihrer Arbeit. Es ist viel zu tun, der Zeitdruck wächst. Mehrere Dinge müssen gleichzeitig erledigt werden. Und ständig kommen weitere Stapel dringender Arbeit dazu. Solche oder ähnliche Situationen können sich über Monate und Jahre hinziehen. Der Stress wird zu einer permanenten Belastung. Altbewährte Mechanismen wie Flucht oder Kampf sind nicht einsetzbar. Und so befindet sich unser Körper in ständigem Stress. Es gibt weitere andauernde Stresssituationen, so auch den emotionalen Stress. Wenn wir zum Beispiel einen geliebten Menschen verloren haben und uns in Trauer befinden, ist dies ebenfalls ein permanenter Stresszustand, der über Monate und Jahre andauern kann. Diese menschlichen Reaktionen sind ganz natürlich. Unser Körper ist jedoch nicht auf ständigen Stress eingestellt. Bei kurzfristigem, aber auch bei permanentem Stress produziert unser Körper das Stresshormon Adrenalin. Sehen wir uns nun genauer an, was im Körper bei Entstehung von Stresssituationen geschieht. Wenn wir einer Stresssituation ausgesetzt sind, sendet unser Gehirn Signale an die Nebenniere. Hier wird die Produktion von Stresshormonen, insbesondere des Hormons Adrenalin, angeregt. Um uns darüber bewusst zu werden, was ständiger Stress mit sich bringt, beginnen wir uns auf die Zellebene. Hier wird über unsere Gesundheit entschieden. Wie jedes Organ besteht natürlich auch die Nebenniere aus vielen Millionen Zellen. Innerhalb der Nebenniere, im Nebennierenmark, befinden sich die Zellen, die für die Adrenalinproduktion zuständig sind. Diese Zellen benötigen für die Produktion von Adrenalin unter anderem Aminosäuren, die über die Blutbahn dorthin gelangen. Zusätzlich wird aber auch Vitamin B6 und Vitamin C benötigt. Wussten Sie, dass für die Produktion eines Adrenalinmoleküls ein Vitamin C-Molekül benötigt wird? Unter diesen Voraussetzungen entstehen in den Nebennierenmarkzellen die Adrenalinmoleküle, die dann in die Blutbahn eingespeist werden. Für die Mobilmachung unseres Körpers ist es wichtig, dass all diese Adrenalinmoleküle möglichst schnell über das Herzkreislaufsystem verteilt werden. So sorgen Sie in den Herzmuskelzellen für einen schnelleren Herzschlag. Dadurch wird das Blut schneller durch das Herzkreislaufsystem gepumpt. Das bedeutet auch, dass der Blutdruck steigt und alle Herzkreislaufgefäße einer verstärkten Belastung ausgesetzt sind. Auch für die Stabilität der Arterienwände ist Vitamin C sehr wichtig. Aber gerade Vitamin C wird ja auch bei der Produktion von Adrenalin benötigt. Damit auch die Endothelzellen, die die Blutbahnen von innen auskleiden, stabil und elastisch bleiben, ist die hinreichende Versorgung mit Vitamin C wichtig. Die Aminosäure L-Aginin und Magnesium wirken entspannend auf die Blutbahnen. Deswegen ist es gerade bei Stress wichtig, darauf zu achten, dass wir unserem Körper im Rahmen der Ernährung ausreichend von diesen Zellvitalstoffen zuführen.